Digital und Binnen differenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Basismodul Digitale Umsetzung. Im ersten Video dieses Moduls möchten wir Ihnen die digitale Anwendung Moodle vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie damit gestufte Lernhilfen einfach und effizient umsetzen können. Wir zeigen Ihnen, wozu die digitale Anwendung entwickelt wurde und was Sie noch alles mit Moodle machen können. Dazu gehören zum Beispiel interaktive H5P-Elemente, mit denen Sie Ihren Unterricht noch interessanter gestalten können. Für die Einführung in die Bedienung von Moodle und H5P habe ich Herrn Meier eingeladen. Warum eigentlich Digitalisierung, Herr Meier? Fantastische Frage, Frieda! Warum sollten wir uns als Lehrkräfte mit der Digitalisierung beschäftigen? Erinnern Sie sich dafür an das vorgestellte SAMR-Modell aus Basismodul Theoretische Grundlagen. Die Digitalisierung bietet Ihnen als Lehrkraft ein enormes Potenzial, Ihren Unterricht mit minimalem Aufwand zu verbessern. Die Frage ist, wie Sie das Potenzial digitaler Anwendungen nutzen können, ohne die analoge Welt einfach zu ersetzen. Wie der leitende Wissenschaftler George Westerman vom MIT sagte, wenn man Digitalisierung richtig betreibt, wird aus einer Raupe ein Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, hat man bestenfalls eine schnellere Raupe. Durch den gezielten Einsatz digitaler Anwendungen können Sie Lerninhalte besser aufbereiten, interaktiver gestalten und damit das Engagement und die Motivation Ihrer SchülerInnen steigern. Lassen Sie uns gemeinsam in dieses Modul eintauchen und die digitale Umsetzung gestufter Lernhilfen erleben. Die Geschichte von Moodle ist eng mit der Vision von Martin Dugiamas verbunden, der im australischen Hinterland aufwuchs und seine Schulbildung über eine Fernschule erhielt. Diese Erfahrung gab ihm schon in jungen Jahren einen Einblick in den Fernunterricht. Martin nannte sein neues System Martins Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Später wurde es in Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment umbenannt. Die zugrunde liegende Open Source Software ist der Schlüssel zu einer neuen Welt des Lernens. Sie ermöglicht die Erstellung und Durchführung von internetbasierten Kursen. Das globale Softwareentwicklungsprojekt unterstützt einen konstruktivistischen Lehr- und Lernansatz und ist unter einer General Public License frei verfügbar. Die Lernplattform Moodle bietet umfangreiche Funktionalitäten für interaktive Aufgaben, auf die ich gleich noch eingehen werde. Die Nutzung der Lernplattform Moodle ist und bleibt kostenfrei. Als Gründer und CEO von Moodle betont Dugiamas, dass eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auch bekannt als SDGs, die Gewährleistung einer inklusiven und gerechten hochwertigen Bildung und die Förderung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle ist. Er betont, dass dies das wichtigste Ziel sei, da ohne eine solide Bildung keines der anderen 16 Ziele erreicht werden können. Stimmen Sie ihm hierbei zu? Folgen Sie dem Link, um mehr über die 17 SDGs zu erfahren. Ein Moodle-Kurs stellt einen Bereich dar, in welchem Lehrkräfte die Möglichkeit haben, ihre Lernmaterialien bereitzustellen. Die Inhalte des Kurses können jederzeit ergänzt oder modifiziert werden. Die Zuweisung von Rollen und Rechten an verschiedene Nutzergruppen ermöglicht eine differenzierte Steuerung der Zugriffsberechtigungen. Die Kommunikation zwischen den Lernenden kann entweder in Echtzeit über den integrierten Chat im Kursraum oder zeitversetzt über Foren erfolgen. Die Integration verschiedener Medien wie Audio, Bilder, Videos, Links und Dateien in den Kurs ist möglich und bietet den Lernenden jederzeitigen Zugriff. Des Weiteren können diverse Aktivitäten wie Wiki, Datenbank, Glosser, Abstimmungen, Umfragen und Tests zum Support des Lernprozesses zum Einsatz kommen. Moodle erfordert einen Standard-Webbrowser und ist ebenfalls auf mobilen Geräten nutzbar. Die Implementierung von gestuften Lernhilfen erlaubt die Erstellung individualisierter Lernpfade für die Lernenden. Super! Können wir das an einem Beispiel demonstrieren? Vielleicht mithilfe der Beispielaufgabe zum Thema Unser Wald, die grüne Lunge der Erde? Selbstverständlich. Die Aufgabenstellung lautete In eurer Stadt soll eine große freie Fläche mit Bäumen neu bepflanzt werden. Die StadtplanerInnen und NaturschützerInnen sprechen von einer neuen grünen Lunge für die Stadt. Doch warum wird dieser Begriff genutzt und was bedeutet er? Dieses sollt ihr in der folgenden Aufgabe herausfinden, sodass ihr im Anschluss erklären könnt, warum der Wald als grüne Lunge der Stadt bezeichnet wird. Findet unter Nutzung des Interviews M1 sowie der Abbildung M2 heraus, was der Begriff grüne Lunge bedeutet und warum er so verwendet wird. Er stellt einen kurzen Informationstext für ein Online-Kinderlexikon, welches Grundschulkinder nutzen können. Die Hilfen geben euch Hinweise. Unter Hilfe 5 findet ihr die Musterlösung. Um eine neue Aufgabe auf Moodle anzulegen, müssen Sie zunächst den Reiter Bearbeiten in der rechten oberen Ecke aktivieren. Anschließend können Sie für die Aufgabenstellung das Feld Aktivität oder Material anlegen auswählen und über das Text- und Medienfeld den Text auf Moodle hinterlegen. Die Operatoren hebe ich hervor. Es können auch Bilder und Audiodateien eingefügt werden. Achten Sie hierbei darauf, frei verfügbare Bilder zu verwenden oder korrekt zu lizenzieren. Zu den Bildern kann ein Alternativtext angegeben werden. Wichtig ist, dass Sie Ihren Erstellungsprozess immer abspeichern. Um das Material und die Hilfestellungen hinzuzufügen, können Sie Dateien oder Textseiten anlegen. Der Vorteil ist, dass der Text erst beim Anklicken zu sehen ist. Wir können die ausgewählte Textseite H1 nennen. Und in der Beschreibung steht dann Aufforderung. Aktivieren Sie hier das Feld. Den Seiteninhalt füllen wir mit. Erklärt euch die Aufgabe gegenseitig in euren eigenen Worten. Speichern Sie wieder ab und wiederholen Sie das Ganze für die restlichen Hilfen. So sieht das Endergebnis mit Moodle dann aus. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie Sie das Ganze mit H5P gestalten. Von H5P habe ich schon gehört. Kannst du mir hier mehr erzählen? Die Geschichte von H5P beginnt in Tromso, Norwegen. Im Jahr 2010 entschied sich Steve Jobs, Adobe Flash auf dem iPad nicht mehr zu unterstützen. Dies stellte ein Problem für Anbieter multimedialer Bildungsmaterialien dar, da ihre Inhalte auf einem weit verbreiteten Endgerät nicht mehr funktionierten. Daraufhin wurde die Non-Profit-Organisation Norwegian Digital Learning Arena gebeten, ein offenes Software-Framework als Ersatz für Adobe Flash zu entwickeln. Im Jahr 2013 wurde die erste Version von H5P veröffentlicht. Die Software wird von Jubel in Tromso stetig weiterentwickelt. Die Entwicklung von H5P als Antwort auf die Herausforderungen von Adobe Flash demonstriert die Innovationskraft der Bildungstechnologie. Beeindruckend, nicht wahr? Die Integration der kostenlosen Open-Source-Software HUB 5P in Moodle ermöglicht eine einfache Erstellung anschaulicher und interaktiver Lehrmaterialien. Die bereits über 40 verfügbaren Inhaltstypen werden kontinuierlich erweitert. H5P-Inhalte können auf sämtlichen Endgeräten geteilt, wiederverwendet und genutzt werden. Die Editorumgebung von H5P erfordert dabei ein Wirt-System wie Moodle, um Inhalte speichern und bereitstellen zu können. Die Erstellung von Inhalten ist ohne Programmierkenntnisse möglich und wird auf der Website h5p.org erläutert. Mit H5P lassen sich ganz einfach OER-Inhalte für den eigenen Unterricht erstellen. Laut Christa Gandersen ist es ein nachhaltiges, groß angelegtes Modell für OER. Dieser Aspekt ist besonders interessant für andere Länder, da es weltweit viele Initiativen rund um OER gibt, aber nicht alle sind groß angelegt und nachhaltig. Deshalb sind wir ein gutes Beispiel dafür. OER steht für Open Educational Resources. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie gerne den Kurs. OER in Higher Education Als Software ermöglicht H5P die Erstellung interaktiver Inhalte. Lernvideos können mit interaktiven Inhalten wie Quizfragen, Kapiteleinteilungen oder weiterführenden Links erweitert werden. Drag-and-Drop-Aufgaben eignen sich in besonderem Maße zur Verbindung von Inhalten, während Multiple-Choice-Aufgaben sich zur Überprüfung des Verständnisses eignen. HUB 5P eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung interaktiver Grafiken, die das Lernen fördern. Auch spielerische Elemente wie Memory Games sind denkbar. Diese und weitere Anwendungen und Anleitungen finden Sie auf h5p.org. Die zuvor behandelte Aufgabenstellung zum Wald kann durch digital gestufte Lernhilfen in interaktiver Form ergänzt werden, die mithilfe von H5P erstellt werden. Nachfolgend werde ich Ihnen zwei Möglichkeiten vorstellen, wie Sie die Integration umsetzen können. Durch die Nutzung von Akkordeon wird eine aufklappbare Gestaltung der gestuften Lernhilfen ermöglicht, mithilfe der H5P-Funktion. Interaktives Buch können Sie die Hinweise in aufeinanderfolgenden Buchseiten hinterlegen. Um ein interaktives H5P-Element anzulegen, wählen Sie auf Moodle im Bearbeitungsmodus unter Aktivität oder Material anlegen das Feld Interaktiver Inhalt. Im Editor finden Sie Akkordeon. Geben Sie hier einen Namen ein wie Hilfestellungen. Das erste Feld trägt der Titel H1 und denselben Text wie zuvor. Nun fügen Sie einen weiteren Abschnitt, in diesem Fall A1 mit dem Text, hinzu. Wiederholen Sie das Ganze für alle Hilfestellungen und speichern Sie das Ergebnis zuletzt ab. Um das interaktive Buch anzulegen, wählen Sie ebenfalls das Feld Interaktiver Inhalt. Im Editor finden Sie Interaktive Buch. Gerne dürfen Sie zunächst eine Titelseite gestalten. Auch die Aufgabenstellung können Sie auf den Buchseiten hinterlegen. Benennen Sie jede Buchseite über das Feld Column. Die Hilfestellungen können anschließend als einzelne Buchseiten oder wieder als Akkordeon angelegt werden. Hier im Kurs haben wir für Sie die fertigen H5P-Bausteine zur Ansicht verlinkt. Probieren Sie die vorgestellten Aktivitäten einfach selbst aus. Bei Fragen helfen Ihnen die KurserstellerInnen gerne weiter. Die Verwendung digitaler Lernumgebungen wie Moodle und H5P ermöglicht eine effektive Gestaltung des Unterrichts und trägt dazu bei, Bildung für alle zugänglich und nachhaltig zu machen. Es ist von entscheidender Bedeutung, Open-Source-Programme zu nutzen und den Gedanken der offenen Bildung zu fördern, um eine breitere Teilhabe an Bildung zu ermöglichen und den Bildungserfolg langfristig zu sichern. Kennen Sie weitere Open-Source-Programme? Welchen Stellenwert nimmt der Aspekt offener und nachhaltiger Bildung in Ihrem Bildungskonzept ein? Lassen Sie uns gemeinsam über die Bedeutung dieser Aspekte reflektieren. in Ihrem Bildung